Die Quantentechnologien schaffen in ganz vielen Bereichen wirklich ganz neue Möglichkeiten. Das ambitionierteste Ziel des Munich Quantum Valleys ist, einen Quantencomputer zu bauen. Quantencomputer sind in der Lage, Aufgaben aus der Wissenschaft und der Wirtschaft schneller zu lösen, als jeder herkömmliche Computer es je sein wird. Ein Traum wäre hier, in München ein Experiment zu entwickeln, mit dem wir beispielsweise Probleme aus der Teilchenphysik direkt im Labor untersuchen können. Das Munich Quantum Valleys ist eine einzigartige Infrastruktur zur Verbindung universitärer und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen. Die verschiedenen hochanspruchsvollen Entwicklungsfelder der Quantentechnologien werden hierbei eng miteinander verzahnt. Gemeinsam mit LMU und Max Planck haben wir München zur Wiege der deutschen Quantenforschung entwickelt. Wir sind hier in München ja sehr gut aufgestellt mit verschiedenen Institutionen, die sich mit Quantenwissenschaften beschäftigen. So auch natürlich die LMU. Wir haben ein Excellence Cluster. Und was jetzt der nächste Schritt ist und was das Neue ist, dass wir jetzt eben mit diesem Munich Quantum Valleys uns gemeinsam fünf Institutionen auf den Weg machen. Und wir wollen damit München zu einem der führenden Standorte in den Quantenwissenschaften weltweit entwickeln. Im Munich Quantum Valleys soll es erstmal darum gehen, Quantencomputer auf verschiedenen Technologieplattformen zu entwickeln. Supraleitende Systeme, Ionenfallen und Neutralatomen. Und zum anderen aber gleichzeitig auch dafür zu sorgen, Quantentechnologien in ihrer ganzen Bandbreite bayernweit zu entwickeln. Hohe Priorität hat hier der Technologietransfer von der Wissenschaft in die Unternehmen, um darauf aufbauend ein innovatives Ökosystem zu etablieren. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, hier dafür zu sorgen, dass dieser Brückenschlag zu den Anwendungen erfolgt und zwar auf eine sichere Art und Weise. Für die komplexen Fragestellungen der Automobilindustrie ist Quantentechnologie ein vielversprechendes Anwendungsfeld. Quantencomputing wird der Game Changer von morgen. Das Quanten Valley in München ist die Basis, wo wir erfolgreich diese Expedition starten können. Die Entwicklung von Quantenalgorithmen und Hardware wird Quantenrechner zu nützlichen Werkzeugen machen, um existenzielle Probleme zu lösen, zum Beispiel im Bereich Klimaschutz. Für das Munich Quantum Valley haben wir uns in drei Punkteplanen überlegt. Zum einen das Zentrum für Quantencomputing und Quantentechnologien, was die Projekte in Bayern koordinieren soll. Dann ein Quantentechnologiepark, der kritische Infrastruktur zur Verfügung stellen soll. Und als drittes Element natürlich die Ausbildung und Weiterbildung im Bereich der Quantentechnologie. Gemeinsam werden wir das lokale Quantenknow-how zu einem echten Standortvorteil ausbauen.